und wir müssen wieder was essen obwohl da haben wir hier also alkohol laden da haben wir einen burger laden schauen wir mal ob wir uns hier auf den bürger mal gehen können ja dankeschön jetzt haben wir glaube ich alle restaurants mal ein war hier besuch gehabt da brauchen wir nicht die tiere draußen wieder die hunde und hier auch noch eins beschießt meine werden also war angriffen mit flaschen hohe feuer hatte ja haben wir uns auch mal wir könnten aber auch mal wieder betteln was machen wir dieses mal so ist nicht so einfach und dann hier und es dann machen wir hier wieder ein schönes herz das nehmen wir und hat es freigeschaltet ja nehmen wir trotzdem ok dann wollen wir jetzt mal hierhin wieder aber warum mussten wir jetzt eigentlich noch mal neu machen letztes mal gab es einen kurs für einen dollar oh der letzte Mama ja 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 Ich kann dir ein bisschen Geld verdienen. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich hätte das nicht getan, wenn ich dich wäre. Hast du das getan? Oh Gott, diese Stadt hat sich auf die Hände gegangen. Ich hätte das nicht getan, wenn ich dich wäre. Zeit zu kreieren die Autor... Dining 911, jetzt! Um... Du bist nicht so. Ah! Oh! Gibt es eigentlich da oben noch etwas? Ich glaube nicht. So, jetzt haben wir eigentlich ein paar neue Rezepte. Mal gucken, was wir daraus machen können. Schnäbelstall. Den können wir eigentlich auch mal machen. So, ist das die Vorderseite? Ja. Ah, okay. Und was können wir noch machen? Speziell angefertigtes Batterieladegerät. So, jetzt bräuchte ich nur noch ein Aluminiumblech. Hier. Verarbeitet Holz zu Papier, den haben wir. Ne, den haben wir nicht. So. Okay, wir brauchen jetzt insgesamt... Eins... Zwo... Ja, zweimal, äh... Aluminiumblech. Alles klar. Wo ist Karl? Hier ist Karl. Das nehmen wir mal. Und... Holz hat er auch noch. Hier ein bisschen. Also... Eins... Wir brauchen insgesamt vier davon, damit wir zwei machen können. Und eventuell gleich noch einmal hier Holz sammeln gehen. So. Wie viel ist das noch? Sechs. Sechs Holz haben wir noch. Komm. Bisschen schneller. So. Letzte. Ach komm. Egal. Jetzt nur noch abwarten und dann können wir hier die Dinger da zu Aluminiumblech verarbeiten. So. Wo haben wir das? Hier. So. Wo hatten wir die Dinger jetzt? Nein, nicht hier. Hier Produktion. Eine Pennerherberge. So. So. Das wird so rum wahrscheinlich aufgestellt. Und dann noch Defibrillator. Das packen wir noch hier hin. So. Dann fehlt noch das. Und was haben wir hier? Utility. Kleine Truhe könnten wir bauen. Da fehlt uns wieder Aluminiumblech für die Große. Ein Papeleiter. Ein bequemes Bett. Ich glaube ich würde das bequeme Bett lieber bauen wollen. So. Dann packen wir die mal ein bisschen anders hin. Boah. Wie viel Schrott wir hier wirklich haben. Schott haben wir ohne Ende. Wir brauchen eigentlich mehr Holz. So. Was ist damit jetzt? Möchtest du einen Creep rekrutieren und ihm diese Herberge zuweisen? Ja. Ähm. Ähm. So. Ja. So was. Sammeln. Schrott, Pappe, Holz. Missionskosten, Zigaretten. Ah. Okay. Sammeln Geld. Ah. Okay. Dafür brauche ich die Kippen. Ähm. Wird zur Herstellung für... Ah. Okay. Dafür brauchen wir die Kippen. Achso. Jetzt haben wir drei gemacht. Ähm. Super. Ähm. So. Was wollten wir jetzt? Hier wollten wir irgendwie. Uns ein bequemes Bett bauen. Können wir hier machen. Na. Wir pennen noch nicht. Was können wir noch denn bauen? Kochen. Kochstation. Boah. Ich habe irgendwie voll Bock jetzt uns mal anzufangen. Eine richtige Festung zu bauen. Hier aus dem. Da brauchen wir Kupfer. Sehr viel Kupfer. Oh. 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 Wie lange geht's? Ähm. Ja. Bitte Creeps sich darum zu kümmern. Ah. Okay. Das hat jetzt wieder mit eins angefangen. Weil wir jetzt lange Zeit uns nicht selber drum gekümmert haben. So. Was haben wir denn da? Ne. Ah. Ah, wieder was zu essen. Nice. Heilchen, hier. Ich will hier wirklich eine Festung haben. So eine kleine Burg mit eigenen Räumen und so weiter. Dann würde ich jetzt so mega feiern, wenn wir das schaffen würden. So eine richtige Schrottburg. Wo haben wir Holz? Haben wir jetzt hier. So. Ich glaube, viel Schrott haben wir nicht mehr. Ah, Holz. Die da drin sind. Wir machen das jetzt so lange, bis das Holz leer ist. Und dann gehen wir nochmal Holz suchen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Äh, Schnellbildstufe, einfach. Accurate Effect. Betrifft mehrere Feinde vor dir. Dieser Taubenstall wurde bereits auf die maximale Stufe aufgewertet. Und das hier. Shuriken. Ah, okay. Aluminiumblech 6 und Pappe. Ja, okay. Da brauchen wir noch einiges. Dann wird das auch noch auf die maximale Stufe kriegen. Das ist es. Das ist es. Achso, jetzt brauchst du was. Dann würde ich sagen, ich mach jetzt noch mal ein kleines Päuschen. Und dann machen wir gleich uns auf die Holzjagd. Bis gleich. Und jetzt nehm ich auch wieder weiter auf. So. Komisch, irgendwie bei dem Spiel passiert das öfters mal. Aber wir wollten hier jetzt weiter Holz sammeln gehen. So, dann gehen wir mal mit Karl. Da ist wieder die Polizei. So, dann gehen wir mal hier rüber. Wir brauchen Holz, jede Menge. Das ist kein Holz. Das ist auch kein Holz, das ist Schrott. Das ist auch Schrott. Okay, gut. Dann gehen wir mal da hinten rum. Ah, Holz. Karl. Wo ist das andere Holz hin? Ach. Ne. Oder? Ist es unter ihm? Wo ist das andere Holz hin? Hat er jetzt nicht eingesammelt? Wieso sind hier jetzt auf einmal drei Polizisten? Toll. Hat die Polizei zum Glück nicht gesehen. Da hinten haben wir wieder Trixie-Missionen. Ich hoffe, die hat wieder was. Was Gutes für uns. Kannst du mir ein Lift geben? Bugs hat ein paar Sachen da oben da oben und wir können die Lütung totalen. Ja, gerne. Äh, genau. Wieder Taubnado. So. So. So, okay. Jetzt kommen wieder die... Komm. Komm, geht kaputt. Bugs for life steht da auf seiner Post. Nice. Was haben wir da jetzt alles? Jo. Ah, wieder Alkohol. So, wo ist Karl? Da. So, nehmen wir alles mit. Äh, kann ich dich nicht mitnehmen? Doch. Ja, weil wir das verkaufen gehen. Wo ist die Blatt-Blatt-Blatt-Blatt? Ja, wir sollten viel davon abholen, bis später. Warum nicht jetzt trinken? Karl, das gibt Geld. Boah, wir könnten eigentlich die ganzen Trixie-Missionen mal machen. Wo sind die denn alle? Da haben wir einen. Weil das Alkohol gibt. Und Alkohol können wir gut verkaufen. Und dann vielleicht ordentlich Holz holen. So. Da gibt's kein Holz. Also, Talentpunkte haben wir wieder. So, senkt die Preise in Läden. Ach, kommt, Frott. Egal, nehmen wir mal mit. Oder auch nicht. Da renne ich jetzt nicht hinterher. Ne, das lassen wir mal. Und wieder Holz. Das haben wir. Der hier noch. Holz. Ich weiß, cooles Zeug. Ich weiß. Ach so, das da. Hier haben wir nix. Hier haben wir noch ein bisschen wat. Äh, Bratpfanne wollen wir nicht. Was haben wir denn hier? Ach so, kaputter Stuhl. So, zu Trixie geht's da hinten hin. Wieder eine Tür. Nice. Karl. Karl. Ja, jetzt. Komm, Karl. Jetzt hänge ich hier fest. So, dann machen wir jetzt zu. Und hier haben wir noch eine Tür. Da brauchen wir nicht. So, wir kommen jetzt am besten zu Trixie. Ah, ne. Hier können wir nicht verkaufen, ne? Hier können wir nur kaufen. Das können wir nicht machen. Wie sieht's hier aus? Erst mal trinken. Trinken. So, den haben wir noch gesehen. Äh, ach so. Ähm. Hupsi. Ja, schnell weg. So, ganz schnell da hin. Ja, Guamo wollen wir nicht. Ah, jetzt sind wir die Videos. Ja, haben wir wieder geschafft. Da bin ich auch stolz drauf. Und hier gibt's wieder Müll. Sehr viel Müll. Ah, weg damit. Gibt's hier noch irgendwas zu lernen? Vielleicht. So. Den hatten wir. Den hatten wir auch schon. Ah, hier haben wir Trixie. Ja, okay. So, Topnaudo. Ja, das machen wir. So, wo sind die? Da. Ach, der schon wieder. Der eine. Oh, äh, ja, warte. Dann machen wir den Shuriken. Äh. Äh. Ich muss... Komm, du musst drauf gehen. So, dann haben wir jetzt alle. Nice. So, Carl. Da. Ja, wir werden die nicht trinken, wir werden die verkaufen. Weil wir die nicht verbrauchen werden. Ja, wir müssen stockpile a lot. Ja, wir müssen stockpile a lot. Well, at least you. Ja, wir müssen stockpile a lot of that. Äh. So, ich hoffe, hier ist Holz. Ne, Pappe. Lassen wir mal. Und das. Bären, äh, Bären genug blau. Nice. Ah, da haben wir wieder was zu lernen. Nice. Einen Sessel können wir jetzt lernen. Pappe brauchen wir nicht. Können wir später aus Holz machen. Holz ist wichtiger. So, wo haben wir jetzt einen Verkaufsladen in der Nähe? So, oder wo haben wir Trixie? Da unten haben wir wieder Trixie. Und da oben haben wir nochmal Trixie. Und die Trixie Mission gefallen mir am meisten, weil wir da permanent Sachen kriegen zum Verkaufen. Und hier haben wir nochmal Holz. Und hier noch mehr. So, wie viel Platz hat er noch? Nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen gleich wirklich was verkaufen. So, Karlchen, hier. Und wie sieht's hier jetzt aus? Holz, nice. Brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay, wo haben wir den nächsten Verkaufshop? Ja, hier Richtung Norden. Dann kommen wir da an. So, oder wir können auch runter zum Ratten gehen. Dann können wir die Hauptquels auch eventuell weitermachen. Ich glaube, Vandalismus lasse ich mal erstmal sein. Ah, die Automaten, da könnten wir jetzt einmal aufknacken. Die Polizei ist ja nicht in der Nähe. So, das gönnen wir uns. 40 Sekunden gewinnen. Nice. So, wie weit noch bis zum Braunchock? Ach, wir sind dran vorbei. Aber okay, da vorne ist auch noch einer. So, gibt's hier noch irgendwas? Nein. Nichts, was wir essen können. Ach, unsere erste Basis. Wir sind wieder hier. Nice, dass wir wieder hier gekommen sind. So, Carl, kommst du hoch? Nein, das schafft er wieder nicht. Autsch. So, hier hoch. Ach, toll. Ich hoffe, die finden wir jetzt nicht. Hier sind wir jetzt nicht hier drin. Let's all go get some Donuts. It appears that we got away safely. Jo. So, hier. Nehmen wir alles. Und hier nochmal alles. Dann. So, dann haben wir das hier nochmal. So, haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Was wir nicht brauchen werden? Eigentlich die Dinger, die brauchen wir auch nicht. So. Alter, fast 200 Dollar haben wir. Ja, wir gehen jetzt aber zu Trixie. Und machen die hier nochmal kaputt. Ist hier noch einer irgendwo? Anscheinend nicht. Da ist nicht, Peter. Warte mal. So, sind die alle kaputt? Ja, haben wir geschafft. Nice. So, Creep gerettet. Und 9 von 10 haben wir. Beziehungsweise 9 von 50. Ja, Trixie. Machen wir. Ich jag dich hoch. Jo, okay. Wo sind sie? Ach, da kommen sie. Jo, der ging aber schnell. Jo. So, ein... Eine Quest mit Trixie haben wir noch. Und direkt in der Nähe im Verkaufsladen. Da hinten haben wir eigentlich noch den Taubenladen. Da wollten wir auch nochmal einen Super bestatten. Aber erstmal gehen wir zu Trixie. Beziehungsweise durchwühlen wir mal den Müll. Beziehungsweise tragieren wir uns durchwühlen. upf! Oh yeah! Oh yeah! Haha! Haha! Na na na! You're going down, Crete! You shouldn't have messed with the bugs! Oh! 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 Haha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017